Okay, die stehen sehr gut. Ich batte leere wieder. Komm, die schiebe ich mal ab. Weg da. So. Schön. Einfach mal aufgeladen, weitergelaufen. Gut, können wir gleich mal reinhauen. Was haben wir denn hier? Ich habe jetzt auch noch gar nicht nach unten geschaut, aber ich dachte, ja komm, geh erstmal weiter. Vielleicht kommt hier ja nur eine Sankasse. Oh, Mist, dass hätte ich warten sollen. Ist hier irgendwas drin? Schon wieder so ein Raum liebevoll mit nichts? Ein liebevoller Raum, voller nichts. Der mag hier mal los. Der treffe ich gar nicht da oben. Erstmal runtergeholt. So. Ich bin mir schön auf die Pfötchen. Musik ist auch allerliebst. Ich glaube hier unten war nichts, ne? Ich wollte gerade nochmal vorbeiflitzen. Nö. Wow, Hemm laufen. So. Warte, lieber. Gut, tschüss. Ich habe die Mine. Ich schleime sind auch einer der blödesten Blobs und Mobs. Ich war aber sehr geliebt in 90ern. Ich kann mir jeden zweiten Videospiel vor so ein Schleim. Den nehmen wir nochmal mit. Obwohl ich glaube, ups, da ist nichts besonders drin. Ich muss kurz gegen das Mikro kommen. Moment, ja. Ich bin mir nochmal mit. Ich gehe jetzt mal nach links und stelle fest. Da, das ist ein Stachel. Gehe ich immer nach unten und stelle fest. Jetzt komme ich auch nicht weiter. So. Hier, ein Schuss. Ich könnte ihn jetzt auch mal aufladen, den Schlag aber. Mach ich vielleicht gleich auch. Dann brauchen die Mädels immer so lange, um die anderen kaputt zu machen. Warum mein ich? Ich habe doch gar nichts gemacht. Omen-Glotzer. Was glotzen die denn für eine Omen an? Oder Oma. Vielleicht sollst du auch Oma-Glotzer halten. Kann ich auch. Wieso leuchten die immer? Und wieso fallen die auf die Schnauze? Den habe ich gesehen. Ich möchte hier gehen erstmal lang. Mal gucken, ob hier wirklich nichts ist. Doch, hier ist etwas. Da unten kam ich gar nicht weiter. Habt ihr gesehen? Lauf ich eigentlich richtig hier oben? Mit einem Zwingern. Jetzt greif doch mal an, Mädels. Ach, da unten ist eine Tür. Ich wollte gerade nochmal gucken. Ob ich da unten quer durchkomme, weiß ich gar nicht. Ich versuche es erstmal hier unten. Also Wolken. Die ignoriere ich mal alle. Mit Wolken ist immer nicht zu spaßen. Hier haben wir immer so blöde Zauber dabei. Okay. Das ist das kleine Teufelchen. Die Fleddermäuse gehen ja noch. Ach, das ist eine einzelne Kammer. Gehe ich mal in die Kammer und dann lege ich es mit dem Hammer. Guten Tag. Ein seltsames Geräusch. Hier gehe ich besser wieder raus. Sonst macht die Wolke nämlich mir ein Graus draus. Gut. Den Raum ignoriere ich auch. Denn da waren noch mehr von diesem... Von diesem Rauch. Jetzt ist aber genug gereimt. Ist das denn hier unten frei? Ja, tatsache es ist jetzt tief. Hinter euch ist eine Tür erschienen. Aber... Sind dann oben die Stacheln auch weg? Ich wollte oben nochmal gucken. Moment, ich muss mal hier durch. Entschuldigung. Tüt. Tötet. Dann muss ich wieder mit einem möglichen befreunden. Ah, eine Kiste. Kümmern ihr euch mal drum. Ich mach die Kiste auf. Ein Schwertorb. Lanzen- und Bogenorb. Sehr schön. Ausgerechnet ich, der gerade rumgestanden hat und nichts gemacht hat, wird jetzt noch langsam mal gut. Was bringt es denn eigentlich für ihn, wenn er sich schneller macht und ich nicht langsam mal, wenn er sowieso keinen Schaden hat? Aber das könnte wirklich an der Rüstung liegen unterm Level, den wir mittlerweile haben, denn ich bin ganz gut dabei, würde ich sagen. Wir hätten ja auch durchaus Level 25 sein können. Hör mal auf. Geh nochmal nach rechts. Angst hätte sein. Was war das denn eben für eine Garbung? Wo? Ach, die Zauber sind wieder größer geworden. Die zeige ich mal beim, ja, beim Boss. Wenn wir mal wieder einen Boss haben, dann zeige ich die mal. Erinnere mich dran. Jetzt auf Stufe 4 sehen die schon mal ganz hübsch aus. Wer ist denn Feuermann? Die sind noch ein bisschen schwieriger, glaube ich. Die kann ich sogar schon anfassen. Das konnten wir im Feuertempel noch nicht heute. Da noch einmal. Schönen guten tscher. Ich habe nochmal guten tscher. Schönen nochmal guten tscher. Toll. Ich greife natürlich genau daran an, wenn das Auge zu ist. Sehr schön. Ähm. Nicht getroffen. Äh. Wie schön die mal ausweichen. Toll. Nee, den greife ich nicht mal an. Tschüss. Wenn der nicht spielen will, dann spiele ich auch nicht. Ach. Jetzt mal die Ecke schieben in die Schädliche Ecke. Schön mit dem Schlagstock. Na. Die sind halt recht, Level 36. So weit. So weit ist es also schon gekommen. Können wir mich mal an den Flattermann. Wo muss mich noch einer? Toll. Ob zwar das Auge kommt noch raus. Ich schubste mir schön zu tief. Ich muss mal in den Runden. Moment. Moment. Aktiviert. Ich glaube, die haben teilweise auch schöne Sachen gehabt, diese Monster. Wie weit ist denn das noch? Ist übrigens, ja, das wird den ein oder anderen schon aufgefallen sein. Sehr ähnlich mit der Ruine in Pandoria. Oh, die nehmen wir nochmal mit. Stimmt, wieder Schokolade oder sowas. Ach, ein Bonbon hätte ich mir mal kaufen sollen. Es ist das Einzige, was ich benutzt habe. Hätte ich, glaube ich, bei Minotaurus gewendet. Oh, schöner Angriff. Und zack. Ich hab zack gesagt. Ah, so ist das gut. Dankeschön. Nee. Lass mich raten. Bonbon. Oh, auf. Schokolade ist zu viel. Oh, zu schokoladig. Ich hab nur ne weiße. Hm. Hm. Okay. Ich hab getroffen und auch nicht getroffen. Puff. Bababum, bam, bam, bam. Ach, du grüne. Äh, Plakette. Ich prüfe erstmal, was die eigentlich macht. Ich kenn die nämlich nicht mehr. 1199 Magikpunkte. Oh, die zaubert sehr viel. 46 Gesamthüllmauer gegen Laterna. Und hat sich erstmal geheilt. Gut. Von hier aus. Lust, das Auge ist wieder zu. Ich will das einmal mit nem Schwert probieren. Ist jetzt nicht so viel. Zumal die sich auch völlig voll heilt. Auge ist der Baby. Wovon? Witzschlag. Ah, trifft aber noch ganz gut. Die Laterna, da müsste Beats eigentlich auch helfen. Überraschung? Gut. Ich wollte euch die Zauber zeigen. Fangen wir doch einmal mit der Schlammbombe an. Und hier gibt's einmal ein paar Beatskling. Okay, das bringt nichts. Schlamm ist nicht gut. Okay, Blitz ist schon mal ganz schön. Blitzschlag. Level 4. Ist auch nicht so doll. Hm, so richtig treffe ich nicht. Wie wär's denn mit Feuer? Ich nehm erstmal nur den kleinen. Wenn das jetzt auch nur 30 sind, dann ist Magie nicht das Richtige bei Ihnen. Nee. Ich fürchte nur, dass die Mauer später auf ihn zugehen wird. Das ist eigentlich mein Problem. Gut. 200 ist schon mal schön. Wie viel hab ich gesagt? 1100? Wir ziehen mal KP. Das Auge ist schon zu. Okay. Äh, ja. Hat sie jetzt was bekommen oder nicht? Greift die auch an oder macht die nichts? 61. Jetzt müssen wir langsam was machen. Ja, erledigt. Ah, der Blitzschlag zählt noch. Puh. Ich dachte, es würde ein bisschen enger werden. Man weiß ja nicht. Die kann ja auf einen Zug kommen. Puh. Die erste Wand war schwieriger. Aber wir haben auch starke Schwerter dabei. Wir haben gut gelevelt. Das war auch nötig bei diesem Level. Das ist meiner Meinung nach einer der schwierigsten Dungeons. Und weiter geht's. Peitschenorb. Jetzt haben wir schon vier Orbs. Manni. Manni. Das war ja nicht. Das war ja. Oh. Stumm. Äh. Hallo. Hallo. Stumm. Kann ich irgendwo lang? Kann ich irgendwo durch? Da kann ich nach hinten. Da ist wahrscheinlich auch stumm. Da oben steht Hagen. Kommt da gar nicht so viel da mal schön hingehen. Hallo, Hagen. Hagen. Da bist du ja endlich. Schnuppi? Ach nee. Sophie. Endlich. Hagen, geht es dir gut? Äh, es geht dir gut. Ausrufezeichen. Tun. Sag ihn. Hä? Ähm. Hey, was machst du? Sie gehört mir. Was hast du vor? Tante ausbraucht ihre Hilfe. Hagen, ich dachte du liebst sie. Na warte, du Schuft. Autsch. Sophie. Sophie. Äh. Was habe ich gebraucht? Es tut mir leid. Hier, klar, yes. Geht durch die Tür hinter mir. Äh, wo ist sie? Kommt ihr auch wieder zurück? Sophie. Ja, ich, aber. Und wo ist Sophie? Ja, das habe ich schon gelesen. Danke. Ich will meine Sophie wiederhaben. Sophie. Sophie. Wie bist du? Sophie. Klatschen. Ah. Oh Gott. wenn ich tatsächlich das ist eine lebenskraft was glaubt ihr eigentlich mit Wenn ihr es jetzt so tun habt. Jetzt reicht es mir mit euch. Panikmeister. War ja gerade der Tür. Oh. Okay, wir machen jetzt mal eine Analyse. Er springt. Er schlägt. Er springt. Laterna schon wieder. Das Problem bei ihm ist, dass man ihn fast nicht treffen kann, weil er immer ein Flug ist. Ich werde erstmal Blitze schicken. Das war vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, weil er gerade oben ist. Habe ich ihn jetzt analysiert oder nicht? Ich habe nur Laterna gelesen. Komm mal runter. Wenn ich dich noch einmal treffen. Hinten Aura. Oh. Er sieht ein bisschen freundlich aus. Das ist aber alles anwaltsfreundlich. Komm schon. Komm einmal runter. Bin auch schon schon aufgeladen. Ja, eins. Geht noch. Okay. Frostfälle Level 4. Okay, jetzt bin ich mal dran. Blitz. Blitz. So, da muss er doch mal runterkommen. Jetzt kommt er runter. Na, kommt er noch mal her. Da ist er. Ah, getroffen. Sehr schön. Mist. Na los, Orkanschuh. Die Dinger sind auch schon größer geworden. Die man nicht mehr sieht. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben der hatte. Wir schaffen das schon. Panikmeister ist er ledig. Ach, du hast getroffen. Gut. Wir geben uns erstmal einen kleinen Schluck. Können wir uns ja mal gönnen. Tisina hat immer noch die Donnerwaffe. Puh, na los, komm runter. Ah, ist unten. Jawoll. Ja, schön. Vielleicht noch ein hinterher. Er hat gesessen. Da hin. Wo ich dich haben will. Jetzt kommt er runtergehopst. Vorsicht. Dann am besten schnell weglaufen. Wenn er nicht in meinem Bild ist, einfach aufbauen. Mist. Hm, fünftest meine Mahlzeit. Sehr schön. Mist, jetzt ist er wieder in seinen Kokon. Ah, nee. Ich dachte, der kommt gerade runter, aber nö. Gib mir Aura. Komm schon, komm schon. Mist. Nein. Los, da dran. Ja, sehr schön. Na, 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 na. Das kriegen wir hin. Das ist machbar. Ah, jawoll. Au. Einmal heilen, bitte. Und ein Litch. Da ist halt kein Mahl. Ähm, können wir langsam mal machen. Wir können Däumchen drehen. Ich bin ein Punkt, wenn nicht gerade mal noch. Ja, wir haben ihn. Sehr schön. Einer der fiesesten Monster, weil er ständig oben ist. Weil er sich nicht mit Waffen bekämpfen lässt. Eigentlich. Und weil er nicht immer runterkommt zum, ich lass mich mal vermöbeln. Da hat mich einen schönen Schutzkokon, aber wir haben den schön zermürbt. Sehr schön, sehr schön. Wir haben mittlerweile ein Lanzenorb, ein Schwertorb, ein Bogenorb. Und weiter geht's. Und ein Bumerangorb. Puh, da gibt es ja einiges zu tun für mich. Ach. Hagen? Wo ist Hagen? Hagen? Nein. Hagen. Na, wo ist er denn? Der kleine Schling. Sophie. Lass sie doch. Hm. Schon gut. Ich bin okay. Ich find ihn noch. Tja. Meine Liebe, das wird nicht so einfach werden. Was ist jetzt mit Hagen geschehen? Lass sich nicht mehr öffnen. Hagen ist immer noch verschwunden. Tja. Tantalus war wieder derjenige, der die ganzen Leute verstummt hat. Das Schloss hat keinen Nebel mehr. Wir werden uns mal nach draußen befördern. Wir werden uns mal nach, ähm... Dings. Heidi umschauen. Umschauen? Wo ist die Hattie so gemocht hat? Ach, hier war ich verkehrt. Hm. Hat uns zum falschen Ausgang gebracht. Wir müssen natürlich in der Mitte raus und nicht an der Seite. Wir waren aber zuletzt an der rechten Seite draußen. Deswegen hat er uns auch zur rechten Seite nach draußen befördert. Ach ja. Mehr gibt's hier, glaub ich, auch nicht. Das reicht ja wohl. Drei, vier Orbs hat Mühe. Die muss ich erstmal benutzen. Sprechen wir noch ein Teil. Und dann mach ich erstmal ein Aufnahmepäuschen. Das war schon wieder fortgeschrittene Zeit. Ich muss das Ganze erstmal erinnern. Ich hab seit Sanderla nicht mehr gerendert. Und das, äh... Oma, sprichst du wieder? Hm. Nein. Oma ist immer noch... Ruhig. Gestellt. Heidi. Sag nichts. Heidi. Ich habe sie untersucht, konnte aber nichts feststellen. Außer, dass sie sehr schweigsam ist. Schon wieder dieser Akzent. Manchmal verwirfel ich die Akzente. Die ist egal. Ähm, gut. Tja. Wer... Wo... Und unten? Und was ist mit Sarah? Wir haben noch jetzt nichts herausgefunden... Nichts Neues herausgefunden. Wir müssen immer noch Sarah finden. Äh, Lara war hier, ne? Da. Wie sieht ihr denn aus? Oh, äh... Hagen ist, äh... Verschwunden? Ja. Du Arme. Angeblich hat Tantalus inzwischen seine Meinung geändert. Geändert? Er will sich ab jetzt für den Frieden einsetzen, Wurf. Ich glaube nicht, Imperator. Wir haben es geschafft. Der Imperator hat seine Meinung geändert. Darauf haben wir so lange gewartet. Lasst uns gehen. Kommt mit uns. Nach diesem Gespräch wird alles okay sein. Ihr werdet sehen. Mhm. Wir gehen vor. Wir sollen mich jetzt ins Schloss gehen. Das, wo wir vorher nicht reinkamen. Das, meine Freunde, werden wir... Das, meine Freunde, werden wir aber beim nächsten Mal machen. Ich werde noch einmal die Waffen aufpäppeln. Die ich dann natürlich bis zum nächsten Mal auch gelevelt haben möchte. Und, äh... Ja, puh. War eine lange Session heute. Lange bleibe ich nicht mehr. Äh, ich auch nicht. Das Schwert ist jetzt... Das Dämonenschwert. Die Echsenlanze ist jetzt... Die Zertauernlanze. Der Schleimpflegel, die geht hier zu... Dämonenflegel. Und der Bogenohr. Wird zum Dämonenbogen. Der Kometenschweif wird zu... Insektenterren. Oh, hat er nicht schon Insektenterren? So, lass mich mal gucken. Das Schwert benutze ich hier zuerst am liebsten. Ich wollte die Waffen gerade mal noch ausrüsten für die Einzelnen hier. Moment, Moment. Ich nehme erst die Waffe, die ich am wenigsten mag. Das ist ein Bogen, 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 Bogen. Bogen, 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 Bogen. Ich finde, die sind immer so ein bisschen... Träge. Ja, der Bogen, der Bogen muss sich erst drehen, der Bogen muss sich erst spannen. Bei einer Peitsch macht das immer zack, fertig. Achso, speichern kann man auch noch. Achso, bevor ich das mache, gucken wir uns die Waffen noch mal an. Was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt den Dämonenflegel. Effektiv gegen Dämonen und Untote. Achso, Insektenteller gegen Insekten. Gegen Dämonen, Bogen, gegen Dämonen. Das ist ein Taurenlanze zur Verwirrung. Und das Dämonenschwert gegen Dämonen. Selbst gedacht. Hätte ich eigentlich vorher gebrauchen können, ne? Eine Nacht kostet nur 20 Goldminsen. Ja, ne, nur mal gerade. Hätte ich gleich machen wollen. Doch, gegen den Zauber. Eine Zauberei. Ja, erst mal schlafen. Guten Morgen. Gut, dann werden wir das nächste Mal ins Schloss gehen. Ich speichere noch mal an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann hier wieder frisch gelovellt. Hoffentlich, wenn ich das nicht vergessen habe. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.